Musik Ich bin wirklich einfach ausgerastet, als der Schnazfang gut gecoilt wurde. Ich war völlig fertig, bin auf die Knie gesunken, hab auch ein bisschen geweint, muss ich sagen, weil es einfach so schön war, nach so vielen Jahren. Musik Und Miriam Quaz hat sie weg, den hat sie! Das gibt's doch gar nicht! Tut mir leid, das war Carina Ziller, die hier auch mit... Aber den hat sie! Und ich glaube, der sah sehr gut aus, das haben wir sehr gut sehen können. Und das war... Wir glauben, dass der Kett ist gut, oder? Der Kett ist gut! Der Kett ist gut, Max! Das ist ja der Wahnsinn! Bochum tobt! Bochum rastet komplett aus und alle drehen hier frei! Miriam Kuhn, Nummer 43, und er hat diesen Ball gewonnen, weil er der Mann mit der Steele in der Defensive Seite des Spiels betrifft. Gut, dass er die Dividenden betrifft. Oh, driving through, wir sehen, das Kanon auf den Arm. Untergrund. Also gut für Passes, und es ist Tom Roloff mit der Glocke. So, das Spiel, dass wir zur effortsen gehen aus der Schreien, und das ist der Weg, wir liefen es. Atau an, paint classroom bei Tom Roloff. Ja, und an, um, 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 pro 안 Baron, um, 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 um Wale run, um, um, uh, um, um, uh,ヤows, um, 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 uh, um, uh, uh, um, uh, um, um , uh, um, uh, uh, um, uh. U, uh, um, 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 uh, um, für der, um, um, uh, um. great offensive action yeah it's over it's over Rufinix Bochum wins 130 start 110 versus Antien Uri Rumpeldonk off Trondheim and then maybe never be this certain of anything that was a lovely steal here from the honeybees especially losing control but that was very good scrappy chaser only style defense from the German national team and now they're being patient working it they've got the blood of superiority with no blood control Mike is going for it such a strong chaser I love Mike's game is the seeker for Germany Johannes Klein Peters who started playing in Norway okay now Max-Erik Schulze Steinen Wolf Hoenigs yeah yeah this guy has a great arm he's very dangerous from long distances good throwing arm very athletic passing it to Max Martens great passing game by Germany they're just passing it like in a corner from corner to corner yeah using the space very 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 smartly here they make it hard for the Austrian beaters to get to them good challenges here oh that was lovely sorry that was beautiful that was really beautiful my god and you need to get any to have good passing skills and good catching skills now Max-Erik Schulze Stein going for it flicking it on the right hand side to Mike awesome goal that was pretty bei den Bochumern Berlin sucht den Weg zurück findet ihr nicht Keeper wird jetzt herausgenommen und ein langsamer Angriff durch die Mitte der Bochumer jetzt mit einem Drive und dann nehmen alle davor raus und durch 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 ein schöner Drive ohne Platscher Control und da kommt der Drive Versuch Wurf Pass Connected und geht durch schönes Tor wir sehen die Hairdrafts anders und wir sehen ein unglaublich schönes Finale hat Bochum gewonnen der erste große Turniersieg für dieses Team aus Bochum man vergönnt sich in der Starke Sprecher Applaus 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 Vielen Dank.